Dieselben Identitäten, derselbe Auftrag. Wir gehen wieder zur Highschool? Du Arsch, siehst locker aus wie 50. Ihr geht auf die MC State. Irgendwer da draußen braucht eine neue Droge. Aus Adriel, gemischt mit Ecstasy, gemischt mit weiß der Himmel was. Hier steht wie... Wipi... Wipi? Nein, du blöder Flachwichser. Wi-Fi steht für Work Hard Yes, Play Hard Yes. Also, die Kids nehmen den Scheiß und haben beim Lernen vier Stunden die Konzentration von einem Laserstrahl. Und danach gehen sie ab wie ein gottverdammtes Neujahrsfeuerwerk. Wir gehen so richtig aufs College? Wieso kommt mir bei jedem Satz aus deinem Mund das kalte Kotzen? Unterwandert die Dealer, findet die Quelle. Was geht, Leute? Wir sind eure Nachbarn von gegenüber. Wir sind die Yanks. Oh, ihr seid Zwillinge. Wir sind die Yanks, Mann. Was geht, was läuft? Was geht, Yanks. Was geht, wir sind auch Brüder. Nein, er erzählt keinen Scheiß, er meint es ernst. Ach echt? Ist einer von euch irgendwie älter? Ja, ihr habt nämlich schon Falten unter den Augen. Du besonders. Eigentlich sind wir im ganz normalen College-Alter. Auch wenn ihr ein bisschen älter seid, ist das voll cool, Mann. Die Mädels hier stehen auf ältere Typen. Das ist wahr. Außerdem gibt es hier krasses Figuren. Keine Ahnung. Irgendwann mal will man was Tiefergehendes. Ja, tief ist der Schwanzwurzel für Hexchips und nur Cola. Oh, verrückt. Wir sagen immer noch dasselbe. Das ist Wahnsinn. Karotten, Pumpernickel, Leuchtschäbchen, Zwillinge. Abgefahren, Digga. Das ist echt krass. Ist ja krass. Wir haben auch so eine Bruder-Connection, ja? Bereit? Ja. Party Mix, Babyfüße, Sonne, Zorte, Schuhe, Boom. Das ist so ein Schlupfen, Mann. Was machst du da? Ha? Ich habe eine krasse neue Identität. Gebt ihr gleich eine Kostprobe zu üben. Oh, Alter. Okay. Du musst improvisieren. Ich bin in Niete im Improvisieren. Was soll das? Bitte, absolute Stille. Ich muss in die Rolle eintauchen. Bitte, absolute Stille. Ich muss in die Rolle eintauchen. Gibst du mir wenigstens eine Töne zu füllen? Bitte, absolute Stille. Würdest du bitte... Absolute Stille. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oder, Levato? Wir wollen das Blutdruck sehen. Ja, Sleepy, was geht? Du kennst meinen Cousin als Headboy. Hey, ich glaube, du verwechselst mich, Kumpel. Alle sagen, ein Barrio Sleepy. Das ist voll der mexikanische Wolverine. Hey, mein Partner hier will das Produkt sehen. Warum sagt er nichts? Ich heiße Jeff. Das war unser Auto. Wir haben so viel erlebt in dem Auto. Dafür schieße ich den in die Fresse. Was machst du da? Lass mich nicht allein. Komm schon, kletter rum. Ja, los, komm schon, Alter. Du schaffst das. Ich hab's euch an. Sehr gut, komm schon, mach endlich. Komm schon. Ich komm schon. Alles klar? Ja. Jetzt musst du nur noch laufen, okay? Okay. Okay? Scheiße. Ich sterbe. Du stirbst nicht. Beweg einfach deinen Arsch hier hoch. Du schaffst das. Glaubst du, du kannst jetzt alleine stehen? Ich glaube, sie sind weg. Scheiße. Das ist der Scheiß-Terminator. Das ist scheißgefährlich. Ralf. Hauft es. Haltet den Laster an. Ich hab's geschafft. Ihr habt das Recht zu schweigen. Oh, scheiße. Ich hab' ja echt gehofft, euch nie wiederzusehen. Was geht ab, Mann? Wir sind wieder da. Mädels, kein Schwein hat das Jump Street Comeback interessiert, aber ihr habt Glück gehabt. Und damit die Jump Street erfolgreich weitergeht, hat die Abteilung jede Menge Geld investiert. Dummerweise haben die Koreaner die Kirche zurückgekauft. Deshalb zieht ihr einfach gegenüber in die 22 Jump Street. Ihr beiden Saftsäcke geht jetzt aufs College. Jackpot. Was? Gemischte Duschen. Fuck. Ich werd dir kein einziges Mal kacken gehen. Nicht einmal. Wir besuchen ein paar Vorlesungen und Kurse, hören uns wegen der Droge um und finden raus, wie der D-Da ist. Sehen wir älter oder im College alle wie Babys aus? Psst. Einige versuchen hier zu lernen, also schaltet die Lautstärke auf, haltet die Klappe. Meinst du in etwa diese Lautstärke? Nein, einfach die Preise. Außerdem sieht die echt alt aus. Ach ja? Zu scheiß alt, um hier zu sein. Partner fürs Leben. Es geht nur um Trinkspiele und Kontakte knüpfen. Was fällt dir daran so schwer? Nein, du kannst mich jetzt nicht umarmen. Pass auf! Wir sind die Jump Street. Denn wir jumpen euch böse in den Arsch. Mhm. Genau in die Ritze. Wir müssen echt einen Experten aufsuchen. Mr. Walters, ich sollte mich bei Ihnen entschuldigen. Weil du meinen Penis abgeschossen hast? Kein Ding. Ich hab jetzt eine Vagina. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt Eric Slumper. Nein, bist du nicht. Doch bin ich! Mein Arsch gehört dir! Oh mein Gott. Hey Eric. Die dive ist ein video. Ich will nicht. Ich kann also jetzt auf uns gehen. Untertitelung des ZDF, 2020